Willkommen bei Yvonne und die Maus raus. Und ich war gestern beim Spread Love Event vom Puvillet und ich bin mega glücklich, dass ich da war. Es ist so, dass ich nicht allein dafür gefahren wäre. Das habe ich bei meinen Arbeitskollegen auch gesagt. Ich hatte gestern eigentlich arbeiten müssen auf einem Samstag und bis nach Köln hin und zurück ist eine Stunde hin, eine Stunde zurück und du weißt nicht, ob du auf der Autobahn Stau hast. Muss nicht sein, kann aber sein und ich werde zu spät zur Arbeit gekommen. Und deswegen habe ich meine Kollegen gebeten, nicht nur allein deswegen, weil Puvillet da war, weil ich gesagt habe, ich wollte auch so lange wieder nach Köln fahren und nach dem Primark gehen und überhaupt wieder die ganze Stadt erleben. Und da kam das mir so gerade recht, dass dann Puvillet auch da hin kam und ich habe freigekriegt und deswegen seht ihr die Sachen, die ich vom Puvillet dementsprechend gekriegt habe. Das heißt, es war im Prinzip so ein Sonderwarn-Truck da und der hat eben Sachen verteilt. Ich zeige euch jetzt gleich, was es gab und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und es fing hier mit an, ihr ging zu der Dame. Ich habe 20 Minuten ungefähr in der Schlange gestanden und ich glaube, sie hieß Jana. Sie hatte auf jeden Fall hier vorne dann so einen Umschlag drin. Und ich habe mich sehr gefreut, ich finde das schon so total geil, hätte mich auch so gefreut. Und da gab es dann aber hier so einen Schlüssel, einen Schlüssel, einen Kuli dazu, so rum. Genau, das fand ich schon mega niedlich, aber ihr habt gleichzeitig noch zwei Briefpapierbögen, weil das Thema bei denen ist im Moment Spread Love. Das heißt, es geht sich darum, Valentinstag, Liebesbriefe, Schreiber, Schreiben und so. Und ich fand das mega süß. Schaut mal bitte auch alles mit dem Puvillet-Logo und ich fand das so unfassbar niedlich und auch total lieb von denen. Und auch mal, ich sage mal, die Leute hinter den Kulissen kennenzulernen. Es waren wirklich mehrere Mitarbeiter, glaube ich, da und sie waren auch sehr, sehr nett. Also ganz ehrlich, dem ganzen Team von Puvillet, richtig lieben Dank. Und die neue Kollektion von denen, und ich kriege es natürlich nicht bezahlt, das mache ich hier alles freiwillig, heißt auch Spread Love. Das heißt, wenn ihr da drauf geht, ich verlinke es euch in der Infobox, wir haben im Moment eine neue Kollektion mit Herzen. Und dann gab es eben in diesem Umschlag noch einen Umschlag. In dem Umschlag noch einen Umschlag. Und da drin, und das hat mich so gefreut. Ja, ihr merkt das schon. Das ist, ich habe so viele Videos zu diesen Firmen schon gemacht. I Quash, Puvillet. Okay, und dann freut es mich einfach, wenn ich sowas mal in der Nähe habe und so ein klein Mega-Event habe. Das hier gab es auch noch. Und zwar ist das im Prinzip angelehnt an dem Thema, ein Wachssiegel auf einen Brief zu machen, einfach so ein Puvillet-Lotossiegel drauf zu machen. Mega-Aktion, da habe ich dann eins für mich gekriegt, eins für Thorsten gekriegt und die Katzen haben ein drittes gerade auf den Boden gehauen, das war für Leo noch. Also drei von diesen Umschlägen habe ich gekriegt. Dazu gab es noch für jeden, der da hinkam, einmal kleine, schöne Blumen. Und ganz ehrlich, die sind richtig schön. Das sind echte Blumen, die standen bis gerade eben noch im Wasser. Und das sieht so hübsch aus, ganz ehrlich. Die true ich mir gleich auch wieder ins Wasser rein. Ich bin jetzt nicht so ein Blumen-Typ, also bei uns stehen auch nie Blumen. Und wenn, dann wären es unechte wegen den Katzen, auch die buddeln da immer irgendwie. Auf jeden Fall war das das Grundgeschenk. Wenn man jetzt noch Instagram hat, ja, dann bekam man das hier. Und ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit Puvillet auskennt, der weiß, was das heißt. Es gab eine Kette gratis dazu, beziehungsweise ein Schmuckstück. In diesem Fall wirklich eine Kette. Und ihr seht das hier. Das ist die Lula-Kette in Rosé-Gold, habe ich die gekriegt. Normalerweise bekam diese Kette eben in Gold. Jeder, der da hinkam, bekam sie in Gold. Und sie sah aber dann, dass ich hier meine Mahina-Klapp-Kette in Rosé-Gold hatte. Und dann sagt sie so zu mir, ja, möchtest du nicht vielleicht die in Rosé-Gold haben? Und ich so, ja, super, gib mir die in Rosé-Gold. Und deswegen habe ich die in Rosé-Gold bekommen. Also ich habe das, das und das hier bekommen. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie viel hat es gekostet? Tatsächlich hat es gekostet 0 Euro. Das war auf jeden Fall schon mein absolutes Highlight. Ich hatte da so gute Laune schon. Ich meine, man fährt ja auch extra hin und es kostet Sprit. Aber ganz egal, es kommt auch manchmal einfach auf das Flair, auf das Gefühl an. Auch Leute kennenzulernen oder Leute, die dann vor mir standen, mich mit denen zu unterhalten und so. Es ist einfach dieses Gefühl, einfach mal wieder was zu erleben und irgendwas Schönes zu machen. Es hätte für mich auch ein Konzert sein können und ich wäre hingegangen, also jetzt allgemein. Man braucht einfach wieder diesen Tapetenwechsel, finde ich. Gut, und wie gesagt, dann stand da eben noch ein zweiter Wagen, ein kleinerer. Das war der Kaffee-Wagen. Und da konntet ihr euch im Prinzip Kakao, Tee, heiße Schokolade. Für jede Person, die da war, gab es ein heißes Getränk gratis. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich einen ganz schlechten Magen habe. Ich vertrag es aber überhaupt nicht. Auch mein Mann und mein Sohn haben nicht zugeschlagen. Wir haben es einfach so gelassen. Und es gab so ein Herz in Gold noch gratis für jeden dazu. Also es waren wirklich, wirklich tolle Sachen. Und so eine Kette hier zum Beispiel, da habe ich auch mal nachgeguckt. Ich meine, die lag jetzt oder liegt zur Zeit bei 32, 99 oder 95, so um den Dreh. Und es ist wirklich einfach mal ein wunderschönes Erinnerungsstück. Ich fand das richtig, richtig süß. Danach waren wir, es stand vor dem Schokoladenmuseum, dann waren wir in dem Schokoladenmuseum in Zusammenarbeit mit Lent. Ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, ob es immer schon so war. Ich fand, wenn ich mich an Schokoladenmuseum von damals erinnere, fand ich das heute viel, viel ansprechender. Es war richtig toll gemacht. Die hatten da richtig so eine, ich sag mal, Produktionsstraße, wo dann so kleine Tefelschen Schokolade hergestellt wurde. Und eben das Kind, mein Sohn, der Leonard, auch sehen konnte, wie stellt man Schokolade her. Also vom Malwerk bis, dass es dann eine Schokolade ergibt. Fand ich eine mega Aktion. Wir haben dann auch bei einem Quiz teilgenommen, das man ausfüllen konnte. Und da kann man dann ein großes Paket Schokolade gewinnen. Also so ein Überraschungspaket. Ich nehme mal an, von Lent, weil das eben einfach in Kooperation mit der Firma Lent ist oder der Firma Lent gehört. Und dann haben wir eben da, wo auch dieser Produktionsort ist, kann man sich eine eigene Schokolade herstellen. Und Leo durfte sich dann eine aussuchen. Also ihr habt so eine Liste voll mit Schokolade, Zartbitter oder weiße Schokolade. Und da hat er sich dann die getrockneten Erdbeeren, die Gummibärchen, die Smarties und die Sauerkirschen rausgesucht. Und hat sich daraus dann eben seine eigene kreierte Lent-Schokolade machen lassen. Der Preis war 5,95, geht also absolut. Ich fand das nicht viel und konnte man nach 45 Minuten abholen. Gleichzeitig habe ich mir dann hier zum Beispiel auch so eine, nicht selbst kreierte, aber eine, die da schon stand. So eine Schokolade mit Cashewkern rausgesucht. Weinnüssen und ich glaube Mandeln ist das oder so. Sah auf jeden Fall sehr ansprechend aus, hatte ich Bock drauf. Dann gab es für jeweils 99 Cent oder 99 Cent zweimal diese hier. Das ist einmal mit Nougat, einmal mit Marzipan von Lent. Wird jetzt kein Schnapper gewesen sein, aber wenn ich vor Ort bin in irgendeinem Laden, dann kaufe ich immer ein klein bisschen Sachen. Und dann gab es hier einmal so eine gefüllte Tüte mit Süßekolzen. Also ihr konntet euch die selber füllen im Prinzip. Es waren da so mehrere Behälter. Ich sag mal so 10, 12 Behälter. Und dann war in jedem Behälter eins und Teil. Und das konntet ihr dann euch aus den Dingern raussuchen. Ob es dann hier sowas wie Naps waren, so kleine Täpfelchen Schokolade. Oder das ist jetzt nicht von diesem Spreadlove-Event, sondern das ist jetzt von diesem Lint-Aktion, dass man sich die Sachen da selber zusammenstellen konnte. Und das habe ich dann gemacht. Es gab dann auch zum Beispiel sowas wie Nougat hier zu kaufen. Fand ich richtig witzig, feiere ich mega. Und die Tüte habe ich mir eben auch gekauft, weil das so eine kleine schöne Erinnerung ist. Kann man eben in der Größe wunderbar zwischendurch auch mal zum Tragen benutzen. Fand ich ganz süß. 30 Cent hat die gekostet. War so ein ganz guter Tier. Gut, und dann waren wir eben im Schokoladenmuseum und sind dann mit so einer Bimmelbammelbahn sind wir rüber zum Kölner Dom gefahren. Der hat wirklich dann am Kölner Dom geheißen. Und das war so ein gelbes E-Bus-Fahrzeug-Lokomotive-Ding. Voll geil. Jedes Mal, wenn du jeden Hubbel, den du gefahren bist, ging so bop, 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 bop. Und du wurdest so durchgeschüttet. Aber es war mega witzig. Und wir haben dabei voll gelacht. Und dann sind wir natürlich hier. Wenn wir in Köln sind, gehe ich auch immer sehr gerne nach, wer weiß es, Primark. Ich muss aber sagen, zur Zeit hat Primark nicht so viel, was ich brauche, weil es war eben die Weihnachtssachen. Da kaufe ich auch sehr viel. Aber ich kaufe jetzt selbst für mich so nicht so viel davon. Wo ich aber immer drauf stehe, ist das hier. Das nenne ich tatsächlich Gemütlichkeitshosen. Das sind einfach Kuschelhosen für zu Hause, wo ihr einfach ein einfaches T-Shirt drüber zieht. Und das ist so mega flauschig. Das kann ich euch nicht zeigen. Aber wenn ihr das hier mal bei Primark, die Tage und sie seht, dann fühlt mal drüber. Das ist, ich glaube, es ist ein Nicky-Stoff. Aber ich glaube, es ist so ein feinerer Nicky-Stoff. Es ist unfassbar. Und davon habe ich auch schon, ich glaube, zwei Hosen. Und die wollte ich mit meinem schwarzen Pullover, den ich auch immer gerne zu Hause mit diesem großen Disney-Logo tragen. Das als Kombination. Diese Hose hat gekostet 14 Euro. Finde ich jetzt nicht wirklich in Schnapper, bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Muss man auch ehrlich bleiben. Aber, boah, diese Flauschchen, das ist der absolute Mega-Ammer. Also ich stehe auf super Flausch. Die habe ich mir dann in Größe M geholt, weil ich hole Oberteile in meinem L und das hier kaufe ich in meinem M. War auf jeden Fall sehr, sehr süß. Dann habe ich für mich mal wieder für den Sommer ein paar Söckchen geholt. Hier mit Stitchy. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe, aber das ist auch egal. Das sind so, ich sage mal, Weintienstagsöckchen. Und ich mag es einfach. Ich fände das eigentlich total süß. Ich fand das eigentlich schon so hammerhart niedlich, dass ich da so begeistert war. Da musste ich haben. Und das, was ich jetzt zeige, ist unfassbar überteuert. Das sind die hier. Wie Amanga. Nee, Amanga. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Das ist jetzt etwas von meinem Sohn. Und zwar ist das dieses T-Shirt. Eigentlich in einem einfachen Weiß. Nicht viel dabei. Kostete 10 Euro. Ein weißes T-Shirt. Einfach mit diesem Druck drauf. Aber mein Sohn, der wollte es so gerne haben. Und was soll ich denn da sagen? Soll ich sagen? Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Davon hatte der noch nichts. Der hat nur Spielfiguren mal gekauft bei Action von dieser Firma. Und da fand ich das jetzt auch nicht schlimm. Und es ist einfach schlicht. Es ist gut. Und es ist süß. Und Leo ist glücklich. Amok. Amok. Wenn jetzt Leo da wäre, würde ich ihn fragen. Aber ich muss mich nicht immer mit diesen Kindersachen auskennen. Genau. Das haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Und es hat mega Spaß gemacht. Ich habe viele Fotos gemacht. Die lade ich gleich noch bei Instagram raus. Da mache ich nicht persönliche Fotos. Einfach vom Sortiment. Meistens eigentlich immer nur vom Disney-Sortiment. Ja, was soll ich anderes dazu sagen? Okay. Jetzt kommt das letzte Teil, was wir gekauft haben. Und zwar waren wir dafür im Lego-Shop. Und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ein bisschen Lego-verrückt ist. Ich habe vieles von Lego tatsächlich. Und das Ding steht gerade nicht gerade. Und da habe ich das hier gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist noch nicht ganz so lange, glaube ich, in Deutschland, dass man das machen kann. Und zwar kreiere deine eigene Lego-Figur. Und Leo durfte sich dann gestern ausnahmsweise eine eigene Lego-Figur kreieren. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Und zwar hat er sich da einen Fußballer gemacht. Ja, jetzt geht's. Und zwar steht da drauf vorne Fußball. Und hinten steht Leonard und die Nummer 6. Weil er immer beim Fußball die Nummer 6 ist. Und das ist so süß. Und eigentlich gab es dann noch ein Schweinchen zu. Also so eine Extra-Figur, die er sich ausgesucht hatte. Und die hat er aber schon mit nach oben genommen. Weil Leo steht unheimlich auf Schweinchen. Weil in Minecraft der Edgar, das ist auch ein Schwein. Und deswegen mag der das so sehr. Und ja, das haben wir dann eben noch im Lego-Store gekauft. Und ich finde das eigentlich sehr süß, dass man sich da wirklich... Wirklich, aber das hat nicht jeder Lego-Store. Also der in Essen hat es nicht, der in Düsseldorf hat es und so weiter. Es machen eben nur ein paar Lego-Stores tatsächlich bei so einer Sache mit. Ja, und ich glaube... Ja, dann erzähle ich noch eine Geschichte, kurz bevor wir das Ganze abschließen. Wir waren dann auch noch danach. Essen bei Losteria. Also Pizza-Essen bei Losteria. Und ganz ehrlich, ich verstehe das nicht, warum so riesig diese Pizza ist und so klein der Teller ist. Also die Pizza geht immer über den Rand. Und ich finde das so unpraktisch. Weil du kannst eben die Pizza nicht richtig hinlegen und schneiden. Also ich würde mir wünschen, dass Losteria einfach Bretter oder so darunter tut. Oder größere Teller, muss ja möglich sein. Das war ja jetzt am Rande. Und dadurch waren wir 6 Stunden 15 Minuten in Köln. 6 Stunden 15, 6 Stunden 20 Minuten ungefähr. Gehen zu der Parkgarage. Und wir hatten vorher gegoogelt, wie teuer ist der Preis. 3,50 Euro die Stunde, 6 Stunden. Das war vollkommen okay. Wir wären bei ungefähr 20 Euro. Pi mal Daumen gewesen. Dann gibt der Dursten. Gibt der das in den Schalter rein, dieses Fahrticket. Und was kommt da? Der Preis fürs Parken war 45 Euro. 45 Euro. Ich habe gesagt, ja was ist das denn? Ja, es hat ein klein bisschen verärgert. Also bis 30 Euro wäre ja irgendwie noch okay gewesen. Aber 45, warum 45? Weil ab der 6. Stunde, kleingedruckt, es geht, dass man einen ganzen Tag da parkt. Also dass man wirklich dann 24 Stunden theoretisch parken darf. Wir werden aber auch nicht länger geblieben. Also es hat dann auch gereicht. Aber ganz ehrlich, wie kann man denn nach 6 Stunden bitte zu denen hingehen, zu den Leuten und irgendwie dann, ähm, ja, einen Tagespreis abhalten. Es ist nicht schlimm, Leute, versteht es nicht falsch. Ich heule nicht rum, mir ist es egal. Zum Schluss war der Tag wunderschön. Wir hatten viel Spaß. Es war richtig so eine Gaudi. Und es hat sich gelohnt. Und es gibt auch für mich kein Verrechnen mit Puyolet, weil Puyolet, die Sachen hast du alle gratis gekriegt. Das war ja alles gratis. Die Blumen, der Schmuck, den Briefumschläger, alles gratis. Aber wenn ich nur nach Puyolet gegangen wäre, wäre ich nach einer Stunde wieder da weg gewesen und aus Köln. Es war einfach nur so, dass wir manchmal vergessen, irgendwie theoretisch das Kleingedruckte zu köln. Nee, sondern dann irgendwie das Dreifache, nein, nein, das Doppelte, das Doppelte vom Normalpreis gezahlt haben. Und das war sehr schade. Aber trotzdem, wir hatten so viel Spaß. Es war ein wunderschöner Tag. Ich hoffe, man versteht es nicht falsch. Wir sind da hingefahren. Ich wollte unbedingt zu Puyolet. Und ich hätte auch es geschafft, vielleicht vor der Arbeit hinzufahren, zurückzufahren. Also eine Stunde hinfahren, eine Stunde da bleiben, eine Stunde zurückzufahren. Wäre vielleicht ein bisschen billiger vom Parken gewesen. Aber zum Schluss ging es auch mal einfach um das Gefühl, wieder rauszukommen. Und eigentlich wollten wir, wie ich Corona gekriegt hatte, an dem Wochenende eigentlich nach Köln fahren. Und das fiel dann hin und dann danach. Und dann hatte ich letzte Woche schon eine Arbeitskollegin gesagt, komm, mach du den Samstag frei. Ich brauche keinen frei. Ich komme ja gerade aus Corona-Brause und so. Ich hätte jetzt auch nicht, wie gesagt, hätte meine Arbeitskollegin nicht freundlicherweise gesagt, komm, Ivan, du kannst frei haben, hätte ich es auch nicht gemusst. Aber es war einfach so ein bisschen entspannt und schön für die Familie. Und deswegen bedanke ich mich dafür nochmal herzlich. So, ich wünsche allen alles Liebe bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.